Lust auf ein spannendes Ratespiel? Dann komm mit ins Tierreich. Bei dem Lernspiel Tiere der Welt erhalten Kinder Hinweise zu gesuchten Tieren. Mit jedem Hinweis kommen sie dem gesuchten Tierbild näher und lernen so Tierarten aus der ganzen Welt und ihre Lebensräume kennen. Klingt spannend? Ist spannend! Mit den TipToy-Produkten für Kinder ab vier Jahren eignen sie sich spielerisch faszinierendes Wissen an. Werfen wir einen Blick ins Spiel. Das Lernspiel Tiere der Welt umfasst 44 Tierkärtchen, die zu Beginn alle offen ausgelegt werden. Jedes Kind erhält einen Spielchip. Die Fotografin auf der Steuerungstafel führt die Kinder durch das Spiel. Und der Farbwürfel entscheidet, zu welchem Bilderrahmen es den nächsten Hinweis gibt. Es werden also immer drei Tierbilder parallel gesucht. Los geht's! Der Spielspaß kann beginnen. Zuerst wird gewürfelt und dann für den ersten Hinweis auf den farblich passenden Bilderrahmen getippt. Das gesuchte Tier lebt im Wasser. Welches Tier könnte auf diesen Hinweis passen? Tippe auf ein mögliches Tierkärtchen. Das könnte zwar sein, ist aber leider nicht das von mir gesuchte Tier. Jetzt ist das nächste Kind an der Reihe. Es folgt der erste Hinweis für den gelben Bilderrahmen. Das gesuchte Tier frisst Gras. Mit etwas Glück ist das passende Tier bereits nach dem ersten Hinweis gefunden. Du hast das richtige Tier gefunden. Wer das gesuchte Tier findet, punktet und darf die Karte zu sich nehmen. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, hat gewonnen. In zwei Schwierigkeitsstufen sind Wissen, Konzentration und cleveres Kombinieren gefragt. Ein Spaß für die ganze Familie. Das Tipptoy Sortiment umfasst über 100 Bücher, Spiele und Puzzles mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder zwischen 2 und 10 Jahren. Weitere Informationen zu Tipptoy auf www.tipptoy.de Kommt, lasst uns alle schnell zu. Snähst euch super so.